Heute ist der 17. Dezember und wir sind beim 17. Türchen angelangt. Die Preise sind wirklich bombastisch bis jetzt und es steigert sich immer noch weiter. Ja, herzlich willkommen damit zum 17. Mal bei unserem 12iPro Adventskalender Gewinnspiel. Preise im Wert von über 3000 Euro. Warten auf insgesamt 40 Gewinner, wie ihr teilnehmen könnt. Am Ende dazu mehr. Jetzt hat Philipp Wenzel für uns den nächsten Preis hier. Erzähl uns was. Danke für die Überleitung. Und diesmal haben wir ein Blieb-Covert. Und ich mach den mal aus hier hinten. Zack. Ah, Geld. Genau, hier sind mehrere 2000 Euro-Trainer drin, wie ich sehe. Nein, aber mindestens genauso gut. Es sind Gutscheine des Online-Shops Angelhag. Das sind fünf Stück an der Zahl. Ja. Jeweils im Wert von 20 Euro. Bedeutet, fünf glückliche Gewinner können für 20 Euro bei Angelhag shoppen. Vielleicht ganz kurz was zum Shop Angelhag. Ich bin selber schon mal vor Ort gewesen. Er hat nicht nur einen Online-Shop, sondern auch einen lokalen Laden. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Er hat eine eigene Range, die Angelhag-Range, Enttackle, Futter und so weiter, Routen, Kescher. Da ist vieles dabei. Mit Christian selber, dem Besitzer, Christian Haag, war ich schon zweimal angeln. Ihr findet einen 12iPro-Film auf unserer Plattform, bei dem es um Kaltwasserangeln geht auf Karpfen. Also er bringt wirklich als Shopbesitzer auch viel Expertise mit rein und kann ich nur jedem wärmstens mal empfehlen. Hat immer tolle Angebote und so weiter. Wollen wir uns vielleicht mal den Shop anschauen? Wir können uns gerne den Shop anschauen. Philipp, was würdest du denn davon kaufen? In der Zwischenzeit suche ich mal schnell den Shop raus. Ja, ich weiß ja zum Beispiel, dass bei Angelhag auch nicht nur Karpfenzeug zu kaufen ist, oder? Ja, also er bezeichnet sich selbst auch als fetter Match-und-Feeder-Shop. Aber auch Raubfischartikel habe ich dort gefunden. Ja, also ja. Tatsächlich ist es so, ich glaube, also ich gehe auch ganz gerne mal jetzt gerade in der kalten Jahreszeit auf Raubfisch, mal auf Barsch oder so. Und ey, ich glaube, das Geld würde ich tatsächlich in dem Fall auf Kitech-Gummis oder sowas investieren. Da sind wir schon mehr Angelhag. Wie man gleich sieht, der hat super Sale-Angebote, über 250 Artikel reduziert, wo man seinen Gutschein bestimmt mit Sicherheit sehr gut verwenden kann. Und auch Top-Rubriken. Und ja, hier unten ist die Leiste, die finde ich immer ganz interessant, was er alles neu im Shop hat, weil es kommt ja so viel Neues auf den Markt, das hat man gar nicht immer auf dem Schirm. Und dann kannst du dich hier durchscrollen und siehst halt, aha, gibt es hier neue Bissanzeige von Capspirit und dazu passende Banksticks. Ja, und gehst dann einfach weiter runter, werden dir natürlich alle Mega-Knaller-Angebote der Woche hier angezeigt. Auch immer noch mit einem passenden Timer. Somit weißt du, okay, bis dahin müsste ich dann zuschlagen. Und ja, ich finde es wirklich gut gelungen, auch mit diesem grünen Hintergrund. Diese olivgrünen lieben ja Karpfenangler im Speziellen, aber alle anderen Angler auch. Und klar, also Top-Shop. Ich bin da auch Kunde, ehrlich zu sein. Es gibt auf jeden Fall auch eine Newsletter-Funktion und da kriegt man dann ständig diese ganzen Angebote auch per Mail zugesendet. Also das ist natürlich echt sinnvoll, wenn man da ordentlich sparen möchte. Mich interessiert mal gerade wirklich dann diese Match-Geschichte. Kannst du da mal irgendwie kurz hinscrollen? Also das ist ja dann wirklich... Avala hat da auch. Raubfisch, Karp, extra. Karpfisch. Wird er bei Friedfisch irgendwo sein, oder? Ja, Friedfisch-Sitz-Keepen. Guck mal. Das kriegt dann halt raus. Friedfisch-Sitz-Keepen. Hast du die gesehen damals, als du da warst, Julian, die ganzen Sitz-Keepen, oder durftest du nicht ins Lager gucken? Doch, doch. Also ich habe da einiges gesehen. Natürlich sind die dann in Kartons verpackt und so weiter. Nur wenig ist im Laden aufgebaut. Aus Platzgründen nehme ich an. Aber wenn man da sieht, da sind schon richtig hochpreisige Dinger dabei. 899 Euro und so weiter. Hier sogar eine im Angebot. Ich glaube, da wird man fündig. Da wird man seine 20 Euro relativ schnell los. Ihr kennt das ja, man geht mit 20 Euro in den Einkaufsladen und hat hinterher Schulden von 300 Euro. Muss anschreiben lassen im Optimalfall. Ich denke auch. Also ein guter Preis, den jeder gebrauchen kann, gerade in der Winterzeit. Julian, wer gewinnt den Preis? Wer kann es gewinnen? Ja, total easy. Also zumindest für diejenigen, die schon ein Monats- oder Jahresabo bei 12 Feet Pro haben, denn die sind automatisch im Lostopf und müssen überhaupt nichts tun. Alle anderen haben bis zum 26. Dezember Zeit, sich einzuschreiben, denn am 27. Dezember ziehen wir 40 Gewinner live auf Instagram und das erklärt eigentlich schon alles. Wir haben zusätzlich noch eine Landingpage gebaut, also eine extra Gewinnspielseite für die ganze Aktion. Also die Videos, die ihr im Vorfeld vielleicht verpasst habt, die könnt ihr da alle nochmal anschauen. Und ansonsten drücke ich euch einfach nur die Daumen, dass einer von euch oder ihr alle irgendwo die Chance habt, was Fettes abzustauben.